Servus Leute, mein Name ist Light und ich begrüße euch ganz herzlich zu einer weiteren Folge von Mirror's Edge. Wir sind das letzte Mal auf unsere Schwester getroffen und die hat ja so ein kleines Problem momentan. Die ist ja scheinbar hier nicht so gut weggekommen von diesem versucht, eventuell Mord an dem gewählten Bürgermeister. Und wir müssen natürlich jetzt gucken, dass wir da irgendwie mal Klarheit beschaffen. Wir sind ja gerade selber so weggekommen davon und jetzt sämtliche Gesetze. Es gibt nur Gesetze gegen Runner. Grundsätzlich, alles andere ist erlaubt, aber das hier was ich mache ist sehr verboten hier durch Kanäle rennen. Sämtliche Gesetze habt ihr gehört. Das war scheiße. Ich weiß nicht, aber irgendwie erinnert mich dieses Setting hier immer an Battlefield. Ich weiß auch nicht, wieso. Man kann übrigens in den Maps auch so kleine Taschen finden. Das sind Leute so Collectibles. Auch die gebe ich aber, ich sage, keinen Wert. Hier glaube ich lag ein, so bin ich mir nicht sicher. Wer die finden will, es gibt bestimmt genug YouTube-Videos zu Mirror's Edge. 100% Collectibles, bla bla, wer nicht meint, wer soll dieses sehen. Beziehungsweise, es gibt bestimmt auch ein Video, wo nur die Collectibles bleibt und nicht das ganze Spiel. Es gibt alles auf YouTube. Wir müssen das nur suchen und finden. Ich habe ja auch erlaubt, dass man seine Speedrun-Challenges als Videoantworten auf meine Videos postet. Das blöde ist, nur YouTube hat die Videoantworten früher eingestellt, als ich dachte. Finde ich ein bisschen schade. Ich verstehe nicht, warum sie diese tolle Feature eigentlich weggegangen haben. Finde ich echt schade. Angeblich haben ja zu viele Leute draufgeklickt. Aber ganz ehrlich, das ist sowas, ehrlich gesagt, ärgert mich das. Weil ich die Videoantworten super praktisch fand, damit ihr mir Sachen senden könnt, Videos senden könnt. Immerhin sind durch Videoantworten schon viele Leute groß geworden. Aber nö, YouTube denkt sich, nee. Keine Ahnung warum, aber sie denken sich, nee. Es sind zu wenig Euro. Ich habe dich eingeklettert. Du musst die Kanalisation erreichen. Ich muss die Kanalisation erst mal erreichen. Ja, das ist ein ziemlich cooles Level, aber wenn mich nicht alles zeugt, ein relativ langes Level. Ich glaube einer der längsten. Bin mir aber nicht sicher. Und nach unten. Hi. Bin mir ziemlich sicher, dass das genau jeder Mensch genau so schaffen würde. Heute, am Tag der einer Aufnahme, ist übrigens auch der Release für die Prozesse. Public, Battlefield, nee, stimmt gar nicht, Lüge. Morgen. He, he. Dein Lügner. Dein dreckiger Lügner. Moment, muss der in die Tür. Hä? Keiner, warum bin ich hier alles umgestartet? Weil, dumm. Arkt. Okay, ich muss aber wieder in die andere Richtung. Morgen ist der Start der Battlefield 4 Public Beta. Ich werde versuchen, die auf meinem Papier zu kriegen und dementsprechend auch versuchen, die dann zu spielen und dementsprechend dann auch versuchen, sie aufzunehmen und dementsprechend dann versuchen, euch davon auch dann teilzuhaben. Ich kann mir aber nichts versprechen. Und wenn ihr dieses Video seht, ist wahrscheinlich das Video von Battlefield 4 entweder schon draußen oder kommt gar nicht mehr. Aber, das kann ich euch nicht so genau versprechen. Das ist jetzt an mich ein bisschen nervig hier. Ich mag dieses Indie-Kanalisation absteigen nicht. Der Rest des Levels ist eigentlich noch cool. Wobei es nicht mein Lieblings-Level ist, glaube ich. Ich glaube, das Lieblings-Level war das von davor schon. Eher. Man! Ich hasse diese Kontrollsteuerung manchmal so sehr. Äh, komm. Ich kann auch heute noch überspringen. Weiß ja nicht. aksod. Hö Thiat. Komm, jetzt aber. Jetzt aber. Höث! Alter, hält dich doch fest, du Olle! Ah! Mensch, Faith. Scheiße, aber 밥 Militwunsch. Hä? hope überhaupt nicht. Er kann doch runterhutschen. Da sind wir zu tief, ne? Prozent und Kälter könnte der aussehen das ist eine interessante Frage wie könnte ein multiplayer mehr als aussehen ein richtiger ich mag spielen mit Multipliers weil ich muss sowas kennen und viele haben mich auch gefragt ob ich zum neuen Update von Terraria ein Video machen wäre das weiß ich noch nicht so genau eigentlich hätte ich schon Lust zu nur das macht halt schon jeder und ich weiß nicht ob das überhaupt irgendjemand bei mir schauen würde ich glaube ich muss noch das so ein Infovideo frag mal ich habe ja so eine schön aktive Community die mir meine Frage beantwortet warum nicht dann auch Fragen wer nicht fragt wissen wir ja aus einer bekannten Kinderserie ne hallo Knapp drücken soll man jetzt hier rüber rennen rüber rennen ich war jetzt gerade aus Crisis 2 gewohnt dass ich die F-Taste drücken müsste so zum beobachten weil immer wenn da so lauter ähm böhm böhm kommen kann man beobachten hat hallo warum warum Fade die Tür geht doch wieder zu meine Güte Fade das hätte irgendwie mich nicht getötet aber okay äh fahrgut so da sehe ich die Tür geht auch aber ich gehe nicht irber ein Blöken Ahhhh Sehsam drücke dich Lauf, 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 lauf Lauf, lauf, lauf Und da Geschafft Perfekt Oh nein, eine hohe Leiter Wie soll ich dich nur erreichen? Ich hab da irgendwo ein letztes Fell gesehen Sorry, tut mir leid Ich wollte mich muten, aber das kam zu schnell Ah, Moment, ich muss mal mosen Wir da Äh, da hat der Kerl mit mir Ewigkeiten geboren Die, ach halt, das geht jetzt hier auch Komm, ich hab den Knopf gedrückt Oh, ist das laut Oh, ist das laut Ich hasse diese Ding übrigens, hier sieht man nämlich gar nichts Absolut gar nichts sehe ich hier Also das liegt nicht an euch Und das liegt auch nicht unbedingt an Youtube Also Youtube macht es wahrscheinlich noch schlimmer, aber Das liegt vor allen Dingen gerade an, äh Äh Also das Rändern macht es schlimmer, nicht Youtube Selbst wenn das Rändern eher Ähm Ähm Diese Karte ist wahnsinnig dunkel hier An der bin ich in Ewigkeiten gehangen früher War ich den Weg, in einen anderen Weg gegangen Wenn es geht durch einen anderen Der ist viel schwerer als der hier Also da stießen wir sofort die ganze Zeit auf sich Äh, Moment, wie kommt der? Ah, so ja Ja, der hat für diese Leiter da auf jeden Fall sehr lang gebraucht Gut, man muss sagen, ich habe einen unfairen Vorteil Denn ich bin ja schon mal Ich habe ja dieses ganze Spiel schon mal durchgespielt Wie man sieht, bringt es mir nicht so viel, aber hey, ich hab's gemacht Ja, ist okay Ähm Und deswegen weiß ich natürlich schon viele Stellen Aber ich fand halt ziemlich interessant, wie der da Such, 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 ich komm da nicht hoch, ich komm da nicht hoch, ich komm da nicht hoch, ich komm da einfach nicht hoch Wirklich Aua Aua Was ist so lächerlich mit diesem Knife up? Wenn der euch einmal gesehen hat und ihr nicht weg kommt, dann äh Und ich kann hier ja nicht weg Ich hab hier Karten, wir kanalisieren wollen Auf der anderen Seite sollte ein Ausgang sein, sieht ziemlich hoch aus Ja Sprung, Sprung und runter Wie gesagt Mit der Zeit werden die, ähm Folgen länger Ihr bedenkt Waren vorher Noch vor dieser Koalition Also, ja Wir sind jetzt schon hier neun Minuten am rumrennen Circa, nicht ganz Aber fast Aber fast Oh man, war das knapp Ähm Hast du das? Alter Schwede Nein, das war die falsche Taste Nein, oh man Beim Hochklären kann man nicht entwaffnen, deswegen hat er jetzt grad nicht entwaffnet Und er hat mich aber trotzdem schon mal geschlagen Also vorsichtshalber Und deswegen mag ich dieses Ding hier einfach überhaupt nicht, weil ich den ganzen Run neu machen muss Wegen diesen scheiß Sniper an der anderen Seite Das hat mir damals so viel Nerven gekostet Das wird mir wahrscheinlich heute wieder so viel Nerven kosten Das ist ein bisschen doof gemacht, weil der Sniper einfach direkt an der Leiter steht und dich sofort schlägt, wenn du kommst Das ist halt nicht cool Überhaupt nicht cool Überhaupt nicht cool Ich finde Ja, so Und Sprung Und Sprung Zeitluke an Na Nein Was war das denn? Scheiß Fuck you Gib mir deine Waffe Er hat irgendwie was gemacht, was ich nicht kapiert habe Panikreaktion und so Ich hab vergessen welcher Knopf mein Waffenknopf ist, weil ich das einfach nie brauche Und wenn man es dann einmal braucht, vergisst man es einfach, weil man es nie mehr vorher gemacht hat Und das ist einer der Kritikpunkte, glaube ich, an diesem Ding Ich weiß nicht, die Waffen sind irgendwie komisch Ähm, sind eine nette Idee gewesen, aber irgendwie ist die Umsetzung Ich nenn's mal verbesserungswürdig Sie ist nicht schlecht Grundsätzlich, sie funktioniert ja, aber sie ist verbesserungswürdig Sie ist in der Lage, an den Waffen, den kann man noch was feintunen, sagen wir mal so Ich glaub, das ist eine Aussage, mit der sich alle einigen können Äh, dass mich... Hallo? Fade? Okay So, du da? Gib mir die Waffe Nein, nein, nein Hallo, ich weiß nicht, welche Taste des Zoom ist Hier Ich weiß nicht, ob man kann mit dieser Waffe zoomen Nein Äh, gib mir die Waffe RS, was ist RS? RS ist das hier, ne? Ja Perfekt Kein Kommentar dazu, bitte So Ich hasse das, was wir haben Weh, ich haff's jetzt nicht Der Sprung Dann raste ich aus Deswegen mag ich die Stelle nicht Ihr habt gesehen, was für eine Qual das jetzt grad war Ähm 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 So Jetzt muss ich... Muss... Darüber meine ich Ich weiß, ich hab so eine Zielsicht, aber die hat irgendwie gar nicht funktioniert Ja, da muss ich... Oh Ne, oder? Das sind noch mehr Typen, ne? Ne, okay, Dach grad Hier hatte ich in Erinnerung, dass da noch welche sind Da Go Oh mein Gott Oh mein Gott Oh mein Gott Zwisch Da Wo bin ich? Wo muss ich denn hin? Mal's weiter Da geht die Tür hier irgendwann auch auf Ne Wenn ich wüsste, wohin ich muss, wäre das wesentlich angenehmer spiel Hör doch auf Ich muss hier irgendwo einen Knopf drücken Irgendwie schneller Was? Darf ich noch? Haben gesehen? Haben gesehen? Schön auffällig Genauso wie ich's mag Ähm Alter Schwede Alter Schwede War das Alter Schwede Ähm, Moment Das war ne Scheißstelle Ich erinnere mich Ich erinnere mich sogar sehr gut Das war ne richtige Scheißstelle Deswegen Man schafft den Schwung nicht richtig Man kann höchstens Ich gehe eigentlich irgendwie Genau Hopp Weil's echt dunkle ist Was nicht macht? Ja Das ist Ich würde mir nicht mehr Was man machen kann ist allerdings Einfach nichts Auch wenn wir auch erstmal kommen Kann man hier entlang laufen Finde ich Äh, ja Ganz okay gelöst Wir hätten einfach das Geländer hier wegmachen können Und die Brücke vielleicht etwas weiter runter setzen können Dann hätten wir den Sprung auch geschafft Aber okay So Oh, wir haben den stressigen Part geschafft Jetzt kommt Oh, der nicht stressige Part Wo ist das? Wo ist das? Ja Warte mal Ja Sind da hin Ich weiß auch nicht so genau wo für diese großen Löcher hier da sind Ich meinte, okay Da fliegt das Wasser rein Das könnte so ein Sammelort Ich hab keine Ahnung Ja Also ganz genau so verstehe ich die Architektur von Miros Edge nicht, aber das ist genauso wie in Assassin's Creed und Co. Man fällt grundlos irgendwo runter und ist dann tot. Jaja. Nein, was? Ich habe doch Sprung-Taste gedrückt. Failed. Ich sollte mir Zeit lassen. Das nervt nur, wenn ich oft feile. So. Und. Ups. 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 ich werde in die andere Richtung ja ich bin in die andere Richtung ich dachte schon die fällt wieder runter so und ich habe gehört dass die Maus der Natursteuerung gar nicht mehr so unschön sein soll mit dem Ding aber ich mag einfach den Controller das hat nicht mal was damit zu tun dass ich gut bin mit dem Controller ich mag es einfach mal mit dem Controller zu spielen das ist mal was anderes, gerade als PC-Spieler hat man sowas selten und mir macht es Spaß wenn das so flüssig mit dem Controller läuft deswegen mache ich das halt auch ja also wirkliche Rätselpassagen kann man hier im Mirror's Edge nicht sagen ich meine man muss ab und zu das Wasser ausstellen aber meistens sind die Wasserhelden direkt vor dem Wasser das man ausstellen muss ich muss trotzdem ein nettes Gewinn und Sprung da komme ich nicht rüber also muss ich da rüber da ist das ja jetzt ich bin die so ganz. Hättest du doch sich jetzt festhalten können, oder? Bin ich da jetzt? Oh je. Ich merke, das wird ein wenig eine sehr anstrengende Sache. Sind wir bald fertig? Danke. So. Hinder. Hinder. Rum. Num. Wow. Was machst denn du? So, und jetzt springen wir hier hoch ohne groß rummacken. Danke. Und weiter. So. Sesam öffnet dich. Da muss ich jetzt schnell sein. Denn jetzt wird das. Das muss man wissen. Wenn man das nicht weiß, dann ist man auch relativ am Arsch. Und dann denkt man, das ist so da und wartet und wartet und wartet. Weiß nicht, was passiert. Und jetzt wird's lustig. Jetzt wird's echt lustig, weil jetzt kommen so viele Kops, da kann ich mir fast eine Schießeinlage nicht ersparen. Ich locke hier meistens hier entlang. Und dann kommt meistens hier einer. Genau. Und den trete ich halt einfach ins Gesicht. Rockt ihn. Hammer. Und seine Waffe. Halt vor. Ey. Ist da auch immer auch immer, wenn ich beim Nachladen geschossen hab. Nein, die Waffe hat keine Munition mehr. Oh mein Gott. Also für jeden, der sich grad gefragt hat. Hm, haben die Waffen denn Munition? Oder kann sie ja unendlich schießen? Nein, ich kann nicht unendlich schießen. So. Ich kann mit der Waffe übrigens kein... Äh... Mit dir nehmen. Da muss ich hin. Ich glaub, ich hab mir die Laster da hin. Ich mein ich. Ach, komm. Hreck mich. Nicht, okay. Ich hab die Falschtasse gedrückt, ja. Ich hab mir grad eben noch gedacht, welche Tasse ist es wohl? Was? Zwei Schläge reichen? Ich hab die richtige Tasse, wie ich nicht immer gedrückt. Gibt's am Tasse. Ich hab den mal gedrückt. Ich hab mich noch nicht geblieben. Ich hab die Falscht. Ich hab den nur noch gedrückt. Ja, das war so klar. Zum Glück seid ihr genauso gut und schützt wie die Clone Trooper. Sieht auch nicht so aus wie die Clone Trooper. Ihr seid ja die Clone Trooper. Okay, merke, Battlefield niemals auf dem PC spielen. Äh, auf der Konsole spielen. So, wie komme ich denn jetzt hier rüber? Stacheldraht sein, deswegen kann ich hier einfach so rüber springen. Ich glaube, ich muss die Lastwagen nehmen. Dann so und einrollen. Das sah jetzt nicht richtig aus, aber ich habe keine Ahnung wo sonst ich hier durch soll. So. Ja, geschafft. Danke. Hör zu, Jack Knight weiß vielleicht was über den Mord an Pope, also lass sie nicht von ihm verarschen, okay? Ja, er war ein ziemlich guter Runner. Keine Ahnung, für wen er jetzt arbeitet. Irgendwie habe ich das Gefühl, da fehlen so Sprechpassagen von Fate. Ja. Ich habe ein Deja Vu gerade, das ist unbekannt. Aber ich habe die ganzen Level schon mal gespielt, obwohl er das king gegen Deja Vu habe. Hm.. Sprung! Was macht dieser Helicopter eigentlich hier? Der dröhnt mir grad mein Ohr. Aaaaand... Huiiii! Gibt es eigentlich eine Möglichkeit wie man seinen Windows Sound abkapseln kann äh also seinen Windows Sound und seinen Game Sound trennen kann, so dass man nur noch seinen Game Sound aufnehmen kann so nach dem Motto ich gebe keinen Fick ob ich in Skype angeschrieben werde oder nicht weil man kann nur noch den In-Game Sound hören wahrscheinlich mit irgendeiner virtuellen Soundcard oder? keine Ahnung davon ehrlich gesagt ich habe mich damit auch noch nicht beschäftigt aber wenn jemand da einen Trick kennt dann kann man mir den gern schreiben in die Kommentare äh das wäre super so so bist du Kerlchen hallo? das ist ja hier falsch, dass ich äh wo ist er hin? schlechte Handlung ne... 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 da ne mich verarschen wenn doch nicht weg verdammt da sind neben Schacht gegangen das ist ein Wettlauf der Fahrstühle tja dumm gelaufen was wollen wir einen anderen Weg wie hast du das eigentlich sehen können? der Typ ist mir echt suspekt da kann ich nicht lang ziemlich wagen als ich einfach so ein Gebäude runter zu springen lasse sie sind lasse der gerät da 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 Wie? Was? Wie? Kannst du eigentlich in der Luft lenken, Fade? Nimmst die Gesetze der Physik aus der Kraft, oder? Na gut, das Spiel ist sowieso nicht so ganz realistisch, was sowas angeht. Tschüss. Wollte nur mal gesagt haben, ne? Solche Stellen sind nervig, wenn sie dann einmal beim ersten Mal richtig gut funktionieren und danach nie wieder. Äh, das ist genauso wie in Spielen, diese, wenn es so Verfolgungsjagden gibt, der Böse hat, das Mädchen führt, keine Ahnung was, und du musst ihn innerhalb einer gewissen Zeit nachher. Beim ersten Mal ist das cool, aber wenn dann so ein Savepoint genau vor dieser Verfolgungsjagd ist, und du es ein zweites und drittes Mal spielen musst, dann verliert das allmählich an, äh, an, an Spannung. Da kann der Spieler entwickeln leider nicht viel dafür, seitdem er macht einen optionalen Weg, was passiert, wenn man fehlt, aber das ist meistens halt einfach nicht gegeben. Äh, ansonsten, ähm, es ist halt immer ein bisschen Spannung, muss ich sagen. So, kann ich da rüber? Ja, kann ich. Ah, was ist denn jetzt gerade mit der Kamera los? Äh, gehen wir da noch rum, danke. Bin gerade zu blöd für die Kamera, glaube ich. Und hoppla. Und hopp. Das Rot-Einfärben der Gegenstände ist übrigens irgendwie die Runner-Sicht, keine Ahnung, wie die das genau beschreiben. Auf jeden Fall ist es so, dass die Runner sehen können, wo sie entlanglaufen können, wenn ich jetzt wieder von da oben springen muss. Ich sag's dir. Wo bin ich denn jetzt? Das Spiel hat einfach mal so getan, als hätte ich den Sprung schon geschafft, oder was. Okay. Whatever, ähm, und diese Runner-Sicht, äh, zeigt mir halt, wo ich überall ranspringen soll, kann, sollte, damit ich vorankomme, oder so, genau. Komme ich denn hier jetzt durch? Äh, da. Toll. Stacheldrahtzahnung mit Eingang. Hallo, du Depp. Ich weiß, warum du hier bist, Faithy. Sag mir einfach, was Icarus mit dem Mord an Pope zu tun hat, Jack. Ich hab gehört, es war ein Cop. Dann hast du was Falsches gehört. Stehst du auf Wrestling, Faith? Pope war ein Wrestling-Fan, hat es geliebt. Er hat sogar einen Ex-Wrestler für seine Sicherheit engagiert. Travis Burfield war bekannt unter dem Namen Ropeburn. Kommst du irgendwann zum Punkt? Ropeburn? Nun, eigentlich ist er nur ein Schläger, der Glück hatte. Manchmal wissen die Leute einfach nicht, wo sie hingehören. Alle wollen immer im großen Teich schwimmen. Und übersehen die größeren Fische. An deiner Stelle würde ich bei diesem überbewerteten Stück Fleisch anfangen. Da wünsche ich gute Jagd, Faithy. Ich weiß nicht, ob es klug ist, direkt zu Ropeburn zu gehen. Werd ich nicht. Ich geh zu Miller. Oh, Faith, was machst du bloß? Wirst du ihm von Jack Nile erzählen? Noch nicht. Er ist immer noch ein Cop, egal was Kate sagt. Fehlst du ihn? Ja. Er geht zu seinen Wagen. Lieutenant Miller? Ich bin Faith, Kates Schwester. Sie hatten ihr eine Schwester erwähnt? Tja, wir reden nicht viel übereinander. Sie meinte, ich soll zu ihnen gehen, wenn was schief läuft. Sie wurde verhaftet. Und Sie sind nicht zufällig die Verdächtige, die vom Tatort geflohen ist, oder? Nun, es ist schwierig, sich zu erinnern, mit einer Waffe im Gesicht. Ich weiß, was Sie sind. Es war eine Falle, oder? Ich weiß, dass Kate zu so etwas nicht fähig ist. Aber mein Käpt'n stellt mir verdammt unbequeme Fragen. Und ich komme nicht mal in Ihre Nähe. Sagt Ihnen vielleicht der Begriff Icarus etwas? Wieso? Es wird hier erwähnt. Hope hatte das in der Hand. Vielleicht aus seinem Tagebuch. Sie haben Beweise gestohlen? Kate ist alles, was mir in Familie bleibt. Und Cops überleben im Knast nicht lange, Lieutenant. Wenn sie verurteilt wird, ist das ihr Todesurteil. Ich nehme Sie nicht fest. Das bin ich Kate schuldig. Aber eine Menge Leute werden das versuchen. Und das kann ich nicht verhindern. Lernen Sie lieber wegzulaufen. Laufen kann ich am besten. Ropeburn hat ein Büro bei Z-Burfield International Shipping nähe U-Bahn Riding Park. Oben auf dem Gebäude müsste ein Schild sein. Ich habe Ropeburn mal beim Wrestling gesehen, hat seinem Gegner den Arm gebrochen und dem Ringrichter einen Kopfstoß verpasst. Wenn Ropeburn wirklich was mit dem Mord anfolgt und dem Komplott gegen Kate zu tun hat, dann ist er bestimmt kein großer Redner, sondern ein Kämpfer. Ja, ziemlich spannend das Ganze. Allerdings, wie wir diesen Wrestler mal im Besuch abstatten werden, das seht ihr erst in der nächsten Folge, denn die hier ist schon mehr als lang genug. Und ja, bis zum nächsten Mal. Mein Name ist Light over and out.